Freitagabend, ihr wollt das Wochenende einläuten lassen und das macht ihr natürlich mit einem Gläschen Wein und dem passenden Essen dazu. Aber ich unterstütze euch da jetzt bei. Das Prinzip von ISWAT ist, wir kochen gemeinsam. Ihr bekommt von mir Rezepte, ihr bekommt von mir, wenn ihr wollt, eine Kochbox und ich begleite euch dazu am Bildschirm. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder beim Kochen nicht weiterkommt, dann kriegt ihr Support direkt vom Küchenchef. ISWAT habe ich mal gemacht, den Potthog. Na, klingelt es da bei euch? Aubergyne, das Nachtschattengewächs wie die Kartoffel. Habe ich ja schon gesagt, dass ich Kartoffelschälen hasse? Echt? Ist das so? Danach die Schalottenschälen und grob zerwirken. Das war ein Format, wo ich mit Prominenten aus Oberhausen gekocht habe und da dachte ich mir so, ach Mensch, daraus kann man doch eigentlich auch ein Kochevent machen, wo ich euch mit einbinde, wo ihr mitkocht. Da bin ich an die Agentur Comtech dran getreten und die waren sofort hellauf begeistert und haben gesagt, ja Mensch, da können wir das und das und das und so machen. Da haben wir das jetzt an den Start gebracht und ich freue mich riesig drauf. Und deswegen, Freitag, 16. April, 18 Uhr auf duas.com findet ihr mich, da könnt ihr mich buchen und ich hoffe, ihr seid dabei. Es gab mal vor Jahren das Format Iswat der Post-Talk. Können wir das schneiden, ja, ne?